Hier rüber, noch ein Stück. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich kann ihn als Ersatzteillager nutzen. Dieser Schrott hier bringt dich durchs College. Irgendwas hier drin muss dieser Familie doch Geld bringen. So, du altes Wrack. Jetzt zeig mal, was in dir steckt. Was ist mit dir passiert? Hier, das ist kein normaler Stahl. Ich glaube, das ist nicht mal ein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Das ist die vierte Film, die sie gemacht haben. Aber sie haben einen neuen Aspekt gemacht. Und dieses Film ist fantastisch. Es war so viel Spaß zu filmen, weil es ein vieles Element zu haben. Und es ist definitiv ein viel Herz in dieser Schrift. Und das ist warum es so spannend für mich, zu sein Teil davon. Weil es viele Menschen zu erinnern können. Es gibt einen großen Familienaspekt. Dad! Ich frage Sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Ich würde mich mit einem Texander lieber nicht anlegen. Tessa, sie ist definitiv eine andere Charaktere. Sie ist komplett anders. Sie spielt eine Frau, also ich fühle mich ein bisschen jünger. Und ich glaube, es ist definitiv nicht die neue Megan oder die neue Rosie. Es ist eine ganz andere Geschichte. Sie spielt eine Frau, die Mutter im Jahre alt. Sie haben eine Frau. Sie hat 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 eine Frau. weil ich so viele Mädchen, auch die Frauen meine age, können sie übernehmen. Sie nehmen die ganze Schrift. Sie gehen durch die ganze Datings-Azpekt, und was sie will von ihren Vater. Es ist sehr beliebiger. Und es ist eine sehr schöne Geschichte. Die ganze Schrift ist natürlich großartig. Und es ist wirklich gut. Es kommt so schön, und das war mein Lieblingspartner. Eine neue Ära hat begonnen. Die Zeit der Transformers ist vorbei. Aber er arbeitet so hart, und er gibt 110% jeden Tag. Und das ist, was er von dir erwartet hat. Und er sollte nicht mehr erwarten. Es ist so spannend, wenn du aufs Set und du wirklich nicht wirst, was passieren wird. Es gibt Explosionen, du wirst nicht wissen, welche Szene du machst. Es ist alles, du musst auf deinen Beinen sein. Du musst bereit sein, für alles. Das ist ein Moment, die Sie nicht halten. Es gibt schon einige Momente, die Sie nicht halten. Es gibt auch Momente, die Sie schnauern. und um but i i liked that part of it because it was is very real i can't say too much you're gonna have to watch but it's it's very very um exciting i can't see too much so